Hallo, mein Name ist Philipp Glanzmann. Ich bin von Bern, also Kampelen, am Neuburger See. Mein grosses Ziel ist, dass Donald Trump in den Zwischenwahlen abgewählt wird, weil er kein Politiker ist. Dazu erst noch einen schlechten Geschäftsmall, wo er drei Mal einen Konkurs gemacht hat. Und Mitarbeiter hat er auch nicht bezahlt. Er ist nicht würdig dafür, dass er so ein grosses Amt wie zum Beispiel Präsidenten von Amerika führen kann. Er ist höchstens ein Politklon, ein Komiker, den man nicht ernst nehmen kann und der sich immer wieder für seine Dummheiten entschuldigen muss. Und darum muss man ihn so schnell wie möglich abwählen. Es gibt viele andere gute Präsidenten, die das gerne gut machen würden. Und dann...